Was ist Hinduismus? Hinduismus ist der Sammelname für verschiedene Religionen in Indien. In der Religionswissenschaft wird manchmal gesagt, Hinduismus ist der Sammelname aller nicht-doktrinären Religionen Indiens. Also alles, was man nicht in eine bestimmte Doktrin fassen kann, kann man als Hinduismus bezeichnen. Hinduismus ist sehr kunderbunt und sehr vielfältig. Es gibt monotheistische Spielarten des Hinduismus, pantheistische, polytheistische, ja sogar atheistische Spielarten des Hinduismus. Es gibt Spielarten des Hinduismus, die eine sehr ausgefeilte Philosophie haben, sollte die einen sehr einfachen Glauben haben und so weiter. Hinduismus ist also eine sehr vielfältige Religion und Gruppe, kann man sagen. Heutzutage wird oft Hinduismus mit bestimmten Glaubensüberzeugungen verbunden, wie Reinkarnation, Karma, höhere göttliche Wirklichkeit, bestimmte Rituale. Aber all das stimmt nur bedingt. Man findet von nahezu jeder religiösen Überzeugung auch eine andere in einer anderen Spielart des Hinduismus.